Sicher kommunizieren. Einfach erklärt. Vor nicht allzu langer Zeit war unsere Kommunikation in der Regel noch durch Papierumschläge und ein strenges Postgeheimnis geschützt. Doch heutzutage, wenn du eine E-Mail oder eine SMS schreibst oder irgendeinen Messenger-Dienst benutzt, schickst du meistens deine Nachrichten im Klartext durch ein riesiges, unbekanntes Netzwerk. Und spätestens seit Snowden wissen wir, dass es eine Vielzahl verborgener Stellen gibt, die sich für deine Nachrichten und Gespräche interessieren und sie unerlaubt speichern. Die Gesetze, die uns schützen sollen, werden einfach ignoriert. Unverschlüsselt durch das Internet zu kommunizieren ist also mittlerweile so, als würdest du deine vertraulichen Daten auf eine Postkarte schreiben und diese dann an eine tratschbedürftige Menschenkette reichen. Im naiven Glauben, dass die damit schon diskret umgehen werden. Doch zum Glück wurden in letzter Zeit mehr und mehr Programme und Apps so weiterentwickelt, dass sie Nachrichten verschlüsselt verschicken können. Dadurch kannst du selbst dafür sorgen, dass das Postgeheimnis bei deinen Nachrichten wieder eingehalten wird. Aber wie genau funktioniert das eigentlich mit der Verschlüsselung? Das Grundproblem von verschlüsselter Kommunikation ist, wenn dir jemand eine verschlüsselte Nachricht schicken möchte, muss er dir ja eigentlich auch eine Kopie des Schlüssels schicken. Sonst kannst du die Nachricht schließlich nicht öffnen. Wenn man nun aber davon ausgehen muss, dass der Kommunikationsweg überwacht wird, dann wird natürlich auch der Schlüssel abgefangen und kopiert. Und die Verschlüsselung ist für die Katz. Aus diesem Grund haben vor einiger Zeit ein paar schlaue Mathematiker eine andere Verschlüsselungsmethode erfunden. Die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung. Dabei wird die Nachricht nicht mehr mit ein und demselben Schlüssel ver- und entschlüsselt, sondern es gibt einen sogenannten öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel kannst du dir wie ein offenes Vorhängeschloss vorstellen. Und der private Schlüssel ist der dazu passende Schlüssel. Bevor dir also jemand eine Nachricht schickt, lässt du ihm zuerst dein offenes Vorhängeschloss zukommen. Dein Gegenüber kann damit nun die Nachricht an dich sichern und verschlossen an dich zurückschicken. Und da dein privater Schlüssel der einzige ist, der das Schloss wieder öffnen kann und du diesen niemals verschicken musstest, kannst auch nur du die Nachricht wieder öffnen. Alles, was jetzt noch abgefangen werden könnte, wäre dein offenes Vorhängeschloss oder die sicher verschlüsselte Nachricht, womit Außenstehende nichts anfangen können. Viele Apps und Programme haben diese Technik mittlerweile komfortabel integriert. Nur, woran erkennst du, ob die Software zur Verschlüsselung auch vertrauenswürdig ist, dass es keine versteckten Hintertüren oder eine Art Zweitschlüssel gibt, der in Umlauf geraten könnte? Wirklich eindeutig lässt sich das leider nie beantworten, aber es gibt zumindest zwei wichtige Punkte, die du beachten kannst. Ende zu Ende heißt, kann die Nachricht nur auf deinem Gerät ver- und entschlüsselt werden und liegen auch nur bei dir die Schlüssel oder etwa noch woanders. Denn würdest du einem Postdienst vertrauen, der eine Kopie deines Schlüssels hat, um alle deine Briefe zu öffnen, zu lesen und wieder zu verschließen, bevor er sie ausliefert? Kurz gesagt, Verschlüsselung, die nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist, ist keine Verschlüsselung. Und Punkt 2 ist das Programm Open Source. Open Source bedeutet, dass der Quellcode, also der Bauplan des Programmes, für jeden offen lesbar ist. Denn dadurch würde letztlich auffallen, wenn hier heimliche Hintertüren eingebaut wären. Du merkst also, ein vertrauenswürdiges Programm auszuwählen, um sicher zu kommunizieren, ist gar nicht so leicht. Aber wir hoffen, wir konnten dich für die Tücken der Softwarewahl sensibilisieren. Unter dieser Adresse gibt es eine tolle Übersicht zu den meistgenutzten Apps und Programmen. Wenn man die Liste mal auf die genannten Punkte beschränkt und nur die bekanntesten Programme übrig lässt, wird es vielleicht einfacher für dich, eine Wahl zu treffen. Und für das wirklich private Gespräch gibt es ja auch immer noch den guten alten Wald, in dem zumindest heute noch keine Mikrofone mithören. Äh, außer natürlich, du hast dein Smartphone dabei. Danke fürs Zuschauen. Den Link und mehr Infos findest du in der Videobeschreibung. Wenn du den ersten Teil unserer kleinen Serie schauen möchtest, kannst du hier klicken und erfährst, wie du dir sichere Passwörter besser merken kannst. Für die anderen Teile der Serie kannst du hier, hier und hier klicken. Viel Spaß beim Verschlüsseln! Vielen Dank!